Zum Mittag gibt's Käse-Macaroni, abends Hackbraten. Dann gehen wir ins Bett und am nächsten Morgen geht das gleiche wieder von vorn los. Kiesse. Wer bist du? Lisa? Hilf mir, Lisa! Der Mann, der hier vor euch gelebt hat, der hieß Edgar Mullins. Er hat all die Mädchen ermordet, solange er hier gewohnt hat. Das habe ich in der Garage gefunden, so kamen wir zwei in Kontakt. Hallo? Das ist mein Haus, Lisa! Er hält uns in diesem Haus gefangen. Er will, dass wir in einer Art Schlafzustand dahinvegetieren. Wir können diesen Mistkerl zum Teufel schicken. Aber wir müssen es zusammentun. Es ist mir immer wieder ein Genoss, dich zu töten. Er hat einen Schlafzustand, so sei es. Er hat andere, dass wir den Hücherneln er säga. Der Hücherneln ist ein Schlafzustand. Ich bin schon mal für dich.